Challengers, das ist ein Spiel von One More Time Games, einem deutschen kleinen Brettspielverlag, ist 2022 erschienen und ja über Asmodee in Deutschland im Vertrieb. Die Autoren sind Johannes Krenner und Markus Slavicek, Grafiker ist Jeff Harvey. Das Spielerzahl ist 1 bis 8, was schon mal sehr ungewöhnlich ist, dass man auch hier ein Spiel bis zu 8 Personen spielen kann. Laut BGG, den Nutzer von BGG, sind die Spielerzahlen 4, 6 und 8, allerdings am besten geeignet. Das Spiel ist ab 8 Jahren, eine Partie dauert ungefähr 45 Minuten und die Komplexität wird mit 1,83 von 5 angegeben, also schon gehobenes Familienspielerniveau und die Bewertung liegt bei sehr gutem 7,4 von 10 aktuell. Challengers ist ein sogenanntes Autobattler-Spiel als Kartenspiel. Die Autobattlers, die kennt man ja vom Computer, vom PC kenne ich die zum Beispiel, TFT spiele ich immer wieder sehr gern und es gibt natürlich auch andere Autobattler-Spiele und die haben halt als Spritprinzip, dass man nicht selbst aktiv mit Skill sozusagen den Kampf selber steuert, sondern was man halt tut, ist bei diesen Autobattlern, man stellt sein eigenes Team sozusagen zusammen. Das ist die eigentliche Spielmechanik. Zwischen den einzelnen Kämpfen holt man sich neue Charaktere, verbessert diese etc. Den Kampf selber, man bloggt zum Beispiel auch noch für die Aufstellung oder so ähnliches, aber den Kampf selber gegen einen anderen, das passiert dann automatisch. Und die Figuren, die man sich geholt hat etc., die müssen dann selbst kämpfen sozusagen. Das ist das Prinzip eines Autobattlers. Das ist natürlich für mich, als jemand, der schon etwas älter ist und nicht mehr so unbedingt die Reaktionsfähigkeit etc. im Finger hat, ist das natürlich ein gutes Genre. Und es klingt aber sehr ungewöhnlich für ein Brettspiel oder Kartenspiel, denn ja, nicht selber spielen ist schon mal, hört sich sehr komisch an. Aber das wurde ja sehr gut umgesetzt, denn auch hier macht man das, was Autobattler auszeichnet. Man hat ein Kartendeck und am Anfang starten alle mit denselben Karten. Unser Ziel ist es halt, zwischen den einzelnen Duellen, zwischen den einzelnen Kämpfen in diesem Turnierspiel, das wir über eine bestimmte Anzahl von Runden spielen, immer dazwischen neue Karten in unser Deck zu holen. Wir können auch jederzeit beliebig viele Karten in unserem Deck entfernen, die wir halt nicht mehr so doll finden, die wir nicht mehr haben möchten. Und so versuchen wir unser eigenes Deck zu optimieren, bestimmte Kombis, bestimmte Richtungen, dass bestimmte Dinge am besten funktionieren. Da muss man sich, es gibt sehr, sehr viele Karten in dem Spiel, da muss man sich natürlich auch erstmal ein bisschen reinfinden und rausfinden, was gibt es denn für Karten und welche Karten harmonieren miteinander, welche sind gute Kombinationen, das muss man alles herausfinden. Und so versucht man halt zwischen den einzelnen Runden immer wieder sein Deck zu verbessern. Und es gibt drei Kartenstapel, die auch erst später verfügbar werden teilweise, weil sie ja stärkere Effekte haben. Man hat dann aber teilweise auch die Auswahl, willst du zwei Karten vom Stapel A oder eine Karte vom Stapel B und ähnliches. Also da hat man auch immer wieder eine spannende Entscheidung, worauf man gehen möchte. Ja und so holt man sich eben per Deckbau nach und nach neue Karten im Spiel, also ins eigene Deck, entfernt Karten aus dem eigenen Deck und versucht möglichst eine starke Kombi in den eigenen Karten zu haben. Der Kampf selber funktioniert dann so, dass man das Deck mischt, das macht der Gegner auch und dann zieht man einfach nach und nach Karten. Eine Person fängt an, deckt eine Karte auf und das funktioniert dann so, dass wir in der Mitte so eine Fahne liegen haben und der Erste, der natürlich eine Karte aufdeckt, der nimmt erstmal die Fahne zu sich. Dann bleibt diese eine Karte liegen, dann fängt der andere aufzudecken und er muss mit allen Karten, die er aufdeckt, über die Zahl, über den Wert der Karte kommen, die da gerade beim Gegner liegt. Und jede Karte hat einerseits einen Wert, aber viele Karten haben noch eine besondere Sonderfähigkeit drauf, die dann halt bei bestimmten Situationen triggern, die triggern, wenn bestimmte andere Karten schon ausliegen oder die nur im Angriff triggern, aber nicht in der Verteidigung. Und da gibt es ganz viele verschiedene Sondereffekte und so versucht man dann immer, geht die Fahne halt immer wieder hin und her und man versucht halt am Ende den Gegner sozusagen, ja, länger durchzuhalten als der Gegner, denn es gibt grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, wie so ein Duell zu Ende gehen kann. Zum einen gewinnt man, wenn der Gegner noch eine Karte ziehen müsste, weil er noch nicht genug Stärke hat, um sich die Fahne wiederzuholen, aber der Nachzugstapel ist leer. Das heißt, man will auch nie zu einen zu kleinen Nachzugstapel haben. Man will aber auch nicht zu groß und nicht zu divers sein, denn wir haben am Rand dieses Duellplatzes und es sind vier sehr schöne Stoffbahnen, die so die Duell-Arena darstellen, haben wir sechs Plätze. Das heißt, für jedes Team hat er sechs Bankplätze, nenne ich sich. Das heißt, wenn der Gegner einem wieder die Fahne abnimmt, wirft man selber die Karte, die vorher da lag oder die Karten, die vorher da lag, muss man auf die Bank legen. Man kann dieselben Karten auf den selben Bankplatz legen, also wenn man mehrmals dieselbe Karte hat, ist das gut, aber wenn man natürlich sehr viele unterschiedliche Karten hat, werden die Bankplätze sehr, sehr schnell voll und sobald man eine Karte auf die Bank wieder legen müsste und da ist kein Platz mehr, hat man auch verloren. Das heißt, man versucht das eigene Deck eben so zu optimieren, dass es nicht zu groß, aber auch nicht zu klein ist und dass man natürlich schon unterschiedliche Effekte hat, aber auch nicht zu viele unterschiedliche Karten, dass man eben ständig diese Bankplätze sprengt. Also das ist ein sehr spannender Optimierungsmechanismus in diesen Pausen sozusagen zwischen den Kämpfen und das macht natürlich den großen Reiz des Spiels auch aus. Und natürlich sitzt man dann auch da, wenn man dann wirklich im Duell ist und die Karten aufgedeckt werden, sitzt man natürlich auch immer da und denkt sich, oh, jetzt kommt die Karte, die muss doch als drittes, viertes kommen und nicht am Anfang, da bringt die doch überhaupt nichts. Und da sind auch dann durchaus immer wieder sehr große Emotionen im Spiel, wenn man dann die eigenen Karten aufdeckt. Also das ist sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Und das wird sich erst, wie gesagt, wenn man das hört, dass sich das Spiel quasi von selber spielt bei den Duellen, das klingt nicht so aufregend, aber wenn man dann wirklich mit seinem optimierten Deck mitfiebert, ob es auch wirklich so gut funktioniert, wie man das dachte, ist das wirklich eine sehr, sehr schöne Sache auf jeden Fall. Aber wer am Ende natürlich die Flagge hat, beziehungsweise der Gegner eben dann nichts mehr machen kann, weil er nicht mehr nachziehen kann oder keine Bankplätze mehr frei hat, dann gewinnt der, der die Karte hat, der die Flagge hat und gewinnt entsprechend viele Fans, was sich entsprechend der Runde, in der wir sind, orientiert. Und am Ende der Partie oder am Ende des Spiels wird dann geschaut, okay, wenn wir die ganzen Runden durchgespielt haben, welche zwei Teams, also Spielerinnen und Spieler, haben denn die meisten Flaggen in diesen Duellen insgesamt gewonnen und die tragen dann zum Ende nochmal, ja, das Final-Duell aus und wer da gewinnt, der hat insgesamt das Challengers-Turnier sozusagen gewonnen. Also sehr interessant, es gibt hier auch solche Turnierübersichtskarten, je nach Spielerzahl, das heißt, man hat dann wirklich auf den Karten stehen, okay, du spielst erstmal auf der und der Arena gegen den und den Gegner, dann muss man sich umsetzen, das heißt, während so eines großen Turniers mit sechs, sieben, acht Spielern ist man auch ständig dabei, den Platz zu wechseln und an eine andere Stelle des Tisches zu gehen, was eigentlich ziemlich witzig ist, muss ich sagen. Und gerade wir Brettspieler und Brettspielerinnen, die doch oft sehr lange am Tisch sitzen, ja, für die ist das schon ganz angenehm, dass man sich mal ein bisschen bewegen muss, wobei es auch eine durchaus spannende Mechanik gibt für jemanden, der zum Beispiel im Rollstuhl sitzt, es gibt immer einen, der muss sich das ganze Turnier überhaupt gar nicht bewegen, der kann an seinem Platz sitzen bleiben, was natürlich auch eine schöne Sache ist. Und so spielt man aber immer wieder gegen andere und gerade, wenn man mit vielen Spielern spielt, ist es halt schön, weil jeder natürlich irgendwie sein Deck anders aufbaut, wenn man nur zu zweit oder zu dritt spielt, dann kennt man schon sehr schnell die Decks der anderen und weiß ungefähr, was einer erwartet, wenn man bei sechs, sieben, acht Spieler am Tisch hat, dann ist natürlich jede neue Partie wieder anders, was auch sehr interessant ist. Insgesamt wirklich ein sehr hochwertiges Spiel auch, es gibt vier Stoffmatten für die vier Arenen, es gibt Holzmarker für die Flaggen, so kleine ausgestanzte Pappplättchen für die Pokale, wo die Fansahl draufsteht etc., also sehr schön gemacht. Die Illustrationen auf den Karten sind sehr unterschiedlich, weil es gibt auch sehr, sehr viele verschiedene Karten, ich muss aber sagen, die Illustration auf den Karten ist sicherlich Geschmackssache, das wird sicherlich nicht jedem unbedingt gefallen. Aber insgesamt wirklich eine sehr schöne Umsetzung dieses Computer-Auto-Battler-Genres in ein Kartenspiel. Es ist als Spiel generell ein sehr anderes Spielgefühl, was man glaube so als Kartenspiel, als Brettspiel noch nicht hatte und wie gesagt, es sind einfache Regeln, es gibt glaube ich noch vier Seiten Regeln und dort sind sogar noch einzelne Effekte der Karten erklärt, also wirklich auch sehr, sehr schnell erklärtes Spiel und Deckbau ist natürlich immer spannend, ist natürlich einer meiner Lieblingsmechanismen und da eben auch so, so viele Karten im Spiel sind, und man gerade von dem B- und besonders von dem C-Deck nie alle Karten ins Spiel kommen wird. Es ist auch viel Abwechslung und viele Möglichkeiten auch für weitere Partien gegeben. Und wie gesagt, Emotionen sind im Spiel auch dabei, denn wenn man immer da sitzt und sein eigenes Team spielen sieht, das ist ja wie beim Fußball, selbst wenn man nicht mitspielt, die Emotionen sind da und das ist hier auch dabei. Es gibt einen Solo-Bot, der dabei ist, denn man kann das Spiel eben von 1 bis 8 spielen, aber wenn man zum Beispiel so 5 spielt, ja dann ist ja immer einer, der eigentlich in einer Runde nicht mitspielen könnte. Wenn die anderen vier jeweils ein Duell machen, also zwei Duelle machen, dann würde ich als fünfter ja nichts machen können und deswegen gibt es einen Bot, gegen den man auch in einer Arena antritt. Der hat ein eigenes Deck, das wird nicht weiter ausgebaut, also man verbessert das Deck des Bots nicht, sondern der spielt halt jede Runde dasselbe Deck, dieselben Karten. Aber es gibt halt in diesem Deck Karten, die skalieren mit der Runde. Das heißt, die sind umso stärker, je weiter fortgeschritten das Spiel ist und das macht es natürlich, ja eigentlich erstaunlich kompetitiv. Zudem gibt es dann noch weitere Karten für das Bot-Deck, das kann man am Anfang des Spiels, die kann man reinnehmen, um das Deck grundsätzlich noch stärker zu machen. Also dieser Bot ist jetzt nicht so aufregend, nicht so spannend, aber der kann schon ziemlich schwer sein, muss ich sagen. Aber die meisten spielen es halt, wie gesagt, in geraden Spielerzahlen, dass man eben diesen Bot nicht hat, sondern dass wirklich immer, ja reale Spielerinnen und Spieler gegeneinander antreten. Was man noch sagen kann, vielleicht so als Kritikpunkt, ist es eine recht große Box, klar, es sind natürlich viele Karten dabei, man hat auch so eigene Kartenhalter mit dabei, wo diese drei Stapel reingesetzt werden, das ist schön gemacht, aber insgesamt trotzdem eine relativ große Box. Aber man hat eben auch diese vier zusammengerollten, ja, Arenenmatten, das nimmt halt auch Platz weg. Was ich persönlich kritisieren muss, ist, dass die Illustrationen nicht so mein Geschmack sind, also die Kartenillustrationen sind okay und im Endeffekt, ja, ist das für das Spiel nicht relevant, aber ich finde es jetzt nicht so besonders schön, aber das ist sicherlich auch so Geschmackssache. Und man muss sagen, mit wenigen Spielern ist es halt so eine Sache, also zu zweit oder zu dritt, ich weiß nicht, da muss man halt den Bot dazu nehmen und man spielt ständig gegen dieselben Leute, das macht schon mit mehr Spielern auf jeden Fall mehr Spaß, Challengers, also mit größeren Runden, wirklich ein sehr, sehr schönes Duellspiel und eine sehr schöne Umsetzung dieses Autobattlers-Prinzip. Also spannendes Spielprinzip und ich muss auch mal schauen, wie lange das dann wirklich trägt, wie lange man mit dem Kartenpool klarkommt, wie lange das Abwechslung bietet, dann werde ich sicherlich auch mal drüber berichten.